Hola y bon diaz aus Bolivien. Heute soll es mal nach Samaipata gehen. Ich stehe hier vor so einem Trophibüro. Und das sind hier so die kleinen Trophis. Da passen so sechs, sieben Leute rein. Für mich ist es das erste Mal, dass ich so fahre und ich möchte mal sehen, wie das ist. Also die Abfahrt ist, wenn der Wagen voll ist. In dem Falle warten wir jetzt, dass sechs Leute hier sind. Und dann geht es los. Und wenn ihr vielleicht mal ein bisschen mehr Gepäck dabei habt, dann kommt es eben oben rauf. So, wir sind jetzt voll und fahren jetzt los. Hat ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Ich hoffe, wir machen auch einen kleinen Zwischenstopp von da. Dann werde ich mich von da kurz nochmal melden. Ansonsten aus Samaipata. Ja, es geht wieder durch das kleine Städtchen El Torno, was ich euch ja schon mal gezeigt habe. Ja, der Verkehr ist gut gefüllt, sage ich mal. Die Bodenwellen nerven einen ein bisschen. Ja. Wir haben jetzt so circa eine Stunde Fahrt, haben wir jetzt hier kurz an der Tankstelle angehalten. Für größere Menschen, so wie meine Wenigkeit auch, mit fast 1,90, wäre es doch ratsam, zwei Plätze zu nehmen. Die Füße schlafen ein. Es ist relativ eng in so einem Trophi. Aber es sollte heute auch mal ein Versuch sein. Das war für mich jetzt auch das erste Mal. Auf dem Rückweg werde ich mit Sicherheit zwei Plätze nehmen. Und jetzt nochmal schnell auf Toilette und dann geht es weiter. Das war für mich jetzt. Ja, jetzt wurde uns hier, wir hatten hier kurz angehalten, wurde uns hier von draußen und von den Verkäufern gerne was zu essen angeboten. Ja, wir haben jetzt hier so eine Zwangspause eingenommen. Wir stehen jetzt hier in der Schlange, wie ihr hinter mir seht. Die Straße wird ausgebessert, verbreitert, neu gemacht. Der Bagger hat da zu tun. Gibt mir Gelegenheit, meine eingeschlaffenden Füße wieder aufzuwecken. Und ja, es wird mit Sicherheit gleich weitergehen. Ja, nochmal eine kleine Zwangspause hier da vorne. Wenn wir ihn gerade LKWs beladen, gibt mir Gelegenheit, euch von hier mal ein kurzes Bilder von der Natur zu schicken. So, ich bin jetzt in Samalpata angekommen. Es waren also rund 130 Kilometer. Es waren gut dreieinhalb Stunden, die wir gebraucht haben. Drei, vier Mal hatten wir einen Stopp wegen den Baufahrzeugen. Hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert. Ja, also im Endeffekt die reine Fahrzeit jetzt drei Stunden für die 130 Kilometer. Mein Mahnknot ein bisschen. Bin hier gleich an der Haltestelle in so ein kleines Restaurant gegangen. Das sieht ganz süß aus. Haben leider keinen Zerwässer da, aber das geht natürlich auch mal ohne. Noch mal so ein Hinweis für die Trophys. Die könnt ihr natürlich auch privat mieten, wenn ihr eine kleine Gruppe seid oder eben halt auch alleine. Dann mietet ihr eben halt so ein Trophy für euch alleine. Und dann habt ihr natürlich da auch genügend Platz dort. Ich bin jetzt hier dann also auch verabredet. Und ja, ich werde mal schauen, was ich hier für Bilder machen kann. Hasta luego!